Monaco im Miniaturformat, der Yachthafen, der Palast und natürlich das Aushängeschild des Fürstentums, die legendäre Formel-1-Rennstrecke. Und zur Einweihung des Kunstwerks im Miniatur-Wunderland in Hamburg kommt das Fürstenpaar Charlene und Albert höchstpersönlich. Bereits als sie in Hamburg ankommen, werden sie vorm Hotel vier Jahreszeiten von einer großen Fanmenge in Empfang genommen. Und sogar die Zwillinge Jacques und Gabriela sind mit dabei. Auf 36 Quadratmetern wird der Zwergstaat abgebildet, mit all seinem Glanz und Glamour. Seit 2018 wurde daran gebaut und gefeilt und nun wird das Kunstwerk gebührend eingeweiht. Wenngleich die echten monegassischen Minis dem Miniatur-Wunderland sicher ein wenig die Show stehlen.